Hallo und herzlich willkommen von der neuen Folge des Super Mario Wald Wo Benno neben mir steht, obwohl er eigentlich am Anfang weiter warten wollte Nice! Gutes Speichersystem, würde ich sagen Bestes Speichersystem Ich mach mal das Level Und Benno wird dann zum Anfang zurücklaufen Oh mein Gott Latency, please! Fucking Latency Oh mein Gott Wo ist das Lucky 2? Nicht mit mir Also der Level ist schön Und die Wolke ist ein bisschen langsam Feda So, die Wolke schwebt jetzt weg Oh mein Gott Das ist eine Feuerblume Benno hat natürlich nichts dazu zu sagen Zu dem ganzen Level Was? In Base 4 I'm fine Okay Das ist das Beste an Portal, Alter Gut, dass ich Portal nie gespielt habe No Tja Aber dafür hab ich Portal 2 gespielt Hätte ich auch nen P-Jump hoch machen können, aber P-Jumps sind lame Ich hab grade mit dem P-Switch das Schloss aktiviert Find ich nicht gut Ich hatte auch überhaupt keinen Schlüssel in der Hand Auf geht's Backtracking Oh mein Gott Oh mein Gott Da läuft er Das Spannendste Wie Mario über die Map läuft Ich bin ein Luigi-Gefänger Ich bin ein Luigi-Gefänger Aber schmario mit grüner Mütze Und grünem Shirt Und grünen Schuhen Also bin ich ein Klon? Eigentlich schon Wieso hat er überhaupt grüne Schuhe an, wenn er auf dem Bild oben links Braune hat Hm Fix Pelletswaps OP, Mann Tja Schon behindert Ich hab gestern in der Uni einfach in ner Stunde Wo ich frei hatte Die Hälfte Von Super Mario World durchgespielt Das war spaßig Ja, war ich den Checkpoints speichert? Ja Checkpoints werden immer gespeichert Also ich mein, bei den Checkpoints waren sie echt Cool Aber das Problem ist halt Wenn du theoretisch mehrere Wege gehen könntest Dann hast du 1UP Aufgescreened F*** dich F*** dich Price memory cartridge Bobby Das Problem ist Das Problem ist ja Wenn du Nintendo I don't use more space Wenn du in Barsers Schloss Wenn du in Barsers Schloss Alle Räume machen willst Musst du jedes Mal von vorne anfangen Dürfte Theoretisch Jawohl Da gibt's ja nicht mal einen Sprecherpunkt Aber Du willst nach den ersten vier Räumen einen Sprecherpunkt geben Und nach den zweiten Vieren Dann kannst du nur alle machen Indem du immer den Sprecherpunkt resetest Das ist so richtig behindert Das ist so richtig behindert Das ist so richtig behindert Ich hab den Sprung total falsch abgeschätzt Ich mach vorschritte Ja Das erste Level hast geschafft Ups Yolo Das war nicht meine Absicht Warum nicht? Yoshi 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 Es ist schwerer einen Block zu treffen als man denkt oder? Boah Boah Da hat er den Cloud-Clitch verpas- Äh Da haben wir Oh mein Gott Was wollte ich sagen? Du hast scheitigen Cloud-Clitch Scheiße gemacht Kann ich gar nicht machen, man Obwohl, du könntest schon Da ist immerhin ne Blume Theoretisch könntest du den Cloud-Clitch auch mit ner Blume machen Ich glaub das Timing wäre ein bisschen Blöder aber Müsse man mal probieren Aber es braucht sowieso Viel mehr Zeit Wenn du's mit Blume machst Weil du das erste Level erst machen musst Gehen Gehen Nein Zweites Level hast du auch geschafft Ne Ich mach vorschritte Ja Und ich bin gerade einfach abgrundtief enttäuscht Weil ich einfach in Abgrund gesprungen bin Versteh ich? Abgrundtief Öff Öff Ja Ja Den hab ich gebracht Dann geförden Pils Aua Ich werde den Lakitu mit ner Feuerblume töten. Dann kann er nämlich nicht wieder spawnen. Wenn ich seine Münze einsammle. Dann ist seine Brücke für immer mein. Warte wieso ist hier kein Lakitu mehr? Dann habe ich ja keine Lakitu Wolke. Fick dich! Spawn einfach in mir. Wollte ich nicht mal was gegen machen. Ich wollte springen aber okay. Dammit. Ich komme gerade nicht mehr voran. Oh yeah. Das Level wird den meisten abgründen. Na okay, nicht unbedingt. Aber das dritte Level hat schon ziemlich viele Abgründe. Ach ja. Kein doppelter Yoshi Glitch. Ja, wenn du theoretisch hättest du das machen können. Du musst halt den Block duplizieren. Ich bin nicht gerade dazu in der Lage. Was soll das machen? Ich glaube mit der Latency kriege ich es auch weniger gut hin. Aber ohne Latency... Ich meine... Entweder du duplizierst den Block oder... Du machst gar nichts mit dem Block oder er wird aktiviert. Also... Was schlechtes kann nicht passieren. Also nichts ab, Schmiri. Theoretisch könntest du auch mehrere Yoshis aus einem Block rausbekommen, wenn du nur eine Feder hast. Und du musst scrollen können in dem Level. Dann kannst du auch nur mit Fehler. Bin ich jetzt ein Spieler geworden. Ja. Oh man. Gut Latency. Lass du dich. Wow, 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 wow. Haha. Noob. Kann die Shay nicht dodgen. Nein, du stirbst diesmal. Wow. Ich bin so knapp vor dem Ziel gestorben. Nice. Ich bin so knapp vor dem Ziel gestorben. 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 Du hast gerade deine Blume, die du oben drin hattest, um Pilz getauscht. Und jetzt hast du wieder umgetauscht. Nice. Die Röhre kannst du rein. Alter, William. Ich bin sowas von egal. Okay. Okay. Ja, und jetzt? Ich hab nen Plan. Hol dir doch einfach den P-Switch. Okay. Ja, ich mach das. Du holst dir den Start. Genau. Du musst nach oben drücken zum Rausch bringen. Ja, ich wusste schon. Nur ich musste es gescheit planen. Achso. Ich find's auch witzig, dass Yoshi die Spike-Dinger essen kann. Die müsste dann nicht seine Zunge bluten? Theoretisch? No Scope. Du wirst schon, dass du gerade einfach Yoshi weggeworfen hast. Ist mir doch egal. Yolo. Okay. Du musst nur sagen. Wenn du das Schloss nochmal machen willst, musst du einfach L und A drücken. Und kannst du das Schloss nochmal machen. Was du es auch machen willst. Boah. Yeah, ich hab nen Koopa getötet. Das ist so ein langweiliger Autoscroller. Gib mir eine Pilz. Boah. Was wird in diesem Block sein? Eine Münze. Nein, eine Blume. Okay. Ich hätte nicht gedacht, dass ich schon wieder ein paar abkrieg. Fuck. Okay. Also willst du das Schloss nicht nochmal machen? Nein. Okay. Das hab ich nicht nötig. Okay. Du kannst schon zwei Feuerbälle auf dem Screen haben. Was ist das für fucking Memory-Saving hier? Na? Was? Gut. Danke, latency. Das ist immer gut. Ich drück 5 Billionen mal nach links und das... Nein, du musst nach rechts. Ja. Könnte aber auch an dem Chuck liegen. Oder Charlie. Weiß nicht. Alles Chuck und Charlie. Je nachdem welche Version du spielst. Und ich kann mir nicht marken, in welcher Version er wie heißt. Wo-pa. 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 Blume. Wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo, latency. Ich finde es so komisch, dass der Hintergrund scrollt, obwohl ich nicht mehr auf der Plattform bin. Das sieht so komisch aus. Das war mein Headset-Kabel. Oh mein Gott, du kannst den Weg noch schneller bauen. Forest Fortress, aber ich bin nicht mehr im Wald. Du bist dran. Ja. Ups. Yolo. So. Nice. Penne-Feder für dich. Hör auf zu hüpfen, du Hacker. Der hackt nicht, das ist so einprogrammiert. Boah, in die Röhre kannst du auch. Da kannst du aber rein. Ich kann es dir da halt gar nicht zeigen. Oh mein Gott. Das ist Fortress, das ist so nah. Oh mein Gott, Latency. Please. Please spare me. Okay. Puh. Das war knapp. Okay, ich kann nicht stehen bleiben. Ich weiß nie, wo der runter kommt. Okay. Okay. Ich hab's aber verstanden. Ich kann einfach weiterlaufen. Hey, eine Tür. Hoffentlich kein Scrolling mehr. Oh yeah. Dafür ganz viele Segen. Oh nö. Scheiß Grinders. So. Runterspringen und hochlaufen. Ganz einfach. Was? Mhm. Okay. Das ist aber aus Part 2. Das hab ich gespielt. Genau jetzt. Ich mein, das muss auch aus Part 2 sein. Ich mein, das muss auch aus Part 2 sein. Ich mein, das muss auch aus Part 2 sein. Einfach nur, weil es im Einsein keinen Multiplayer gab. Das ist ein... Nice. Cool. Ich resne halt ohne irgendwas. Auch wenn ich irgendwie das nie wirklich gemacht hab. Ich mein... Wie? 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 cool ich hab ein paar ab das mir eh nur schaden block ich meine ich kann es mal noch mal versuchen jetzt nach hinten und b nach hinten und b muss ja mein ich hab was gesagt ja das musst du jetzt nur noch in kleineren abständen machen dann kannst du unendlich lang fliegen da hast du zu früh nach links gelenkt was zu früh nach links gelenkt halt den rand ich bin pro ich wollte es nur sagen jetzt hatte ich nur der boden aufgehalten wie soll man da vorbei ohne getroffen zu werden oben rum und jetzt einfach nur noch da hochlaufen also ein glückwunsch du hast den level geschafft na sollte ich meinen noch schaffen dann wäre das auch cool nein ich muss das von vorne anfangen so hässlich nach so ein witz ich will das nicht noch mal machen vor allem weil der erste teil einfach nur langweilig ist jetzt kann ich hier stehen bleiben oh mein god da hab ich fast geschoben wo war die tür ok mal wieder die peter jetzt schön auf die podo balls machen Oh fuck, ich hab's überlebt. So, jetzt muss ich nur noch Razzler schaffen. Wow! Das sah überhaupt nicht verrückt aus. Wie ich da rumgeglitscht bin. Aber ich hab ihn geschafft. You are the most advanced model of robot aperture science that has ever been discontinued. Okay. Standard. Nummer 4. Welchen Level will ich jetzt machen? Den oben links hat er eigentlich schon geschafft. Level Tennis Ball. Wie gesagt, den hast du eigentlich schon geschafft. Mach ich nochmal. Okay. Mach ihn nochmal. Boah. Der tötet dich gleich. Ich weiß, ich bin ein richtiger Gangster. Der hat dich halt getroffen. Oh yeah. Grüne Bock. Oh yeah. Grüne Bock. Okay. Ja, okay. Ich. Auf einem Block landen ist ein bisschen schwer. Ja. So wohin sind jetzt das nicht. Ja. Hm. Ich muss jetzt nur die Ranke aus dem Block rauslassen, auf dem du stehst. Ja. Du musst den entweder andrehen, indem du mit dem Drehsprung runter springst. Oder die Schellen nehmen. Oder die Schellen nehmen. Frag mal an, wie lange er noch aufnimmt. Was? Lukas hat gefragt, wie lange der noch aufnimmt. Äh. Fünfeinhalb Minuten. Hä? Wie? Yes. Scheiß Block auf dich zu drehen. So. Ich schaff das. Glaub ich dir. Gut gemacht. Und jetzt musst du nur noch da reinlaufen. Da ist. Ich hab das Exit 360 No Scope. Nice. Ich mach da mal reinlaufen. Ich mach mal in Welt 6 weiter. Oder soll ich zuerst die Star World und Special World machen? Dass du ein bisschen aufholen kannst. Hallo? Hm? Star World und Special World, dass du aufholen kannst oder Welt 6 weitermachen? Ist mir doch egal. Okay. Okay. Lukas Said, also 5 Minka lachende Smiley. Warum? Fucking Discord. Gibt einfach Töne von sich. Während meiner Aufnahme. So. Wir sehen hier jetzt auch Dino-Rhinos. Die schön über die Landschaft laufen. Ein Midway-Point, den man nicht so einfach bekommen kann. Ach komm schon. Easy. No. Fuck. 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 Oh ja. Da war was. Falsche Röhre. Die Röhre war richtig. Huiiii. Perfekt. Was ich von GLaDOS gehört hab, was ihr von deinem Flachwitzen hält. Was? Was? Warte Gott. M3 lässt es Geld. Hu. 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 Die Challenge beginnt. Hu. Geh doch! also jetzt wird es schwer ja und jetzt ja du kannst auch hoch springen durch die treppe man kann durch die treppe aber nicht ja gute frage ich geh nochmal hier durch es hat mir zu viel gebracht ja weil du in einem anderen raum bist der zwar fast genauso aussieht aber nicht genau der gleiche ist oh mein god ich glaube jetzt kommt noch ein geisterhaus perfekt und speichert sogar du hast auch gerade ein geisterhaus gemacht das heißt wenn ich es nicht schaffe kann man trotzdem aufhören ich probiere es mal noch einmal was ist das für eins ach iris ach ne kommt hier der äh angler nein f*** dich er ist so behindert was ist das für boho kürze das sind boho kürze boho kürze die sich in blöcke verwandeln wenn du sie anschaust also bist du medusa mario ja so gesehen schon das muss ich jetzt mit dem Thumbnail machen ok also ich habe soeben herausgefunden das ist das sechste part cool cool und ich habe das grässthaus geschafft cool und jetzt noch ne ne line von glados ich hoffe euch hat die folge gefallen und bis zum nächsten mal tschau